Das ist ein erstes Papier des BSWs und der CDU zur Einigung bei Vorgesprächen zu Sondierungen. Und was soll ich sagen, dieses Papier ist eine absolute Katastrophe und es zeigt, dass das BSW auf keinen Fall in eine Koalition mit der CDU in Sachsen gehen sollte. Aber mal langsam, schauen wir uns mal an, was in diesem Sondierungspapier so grob drinsteht. Also es findet sich hier, ja, erstmal viel allgemeiner Schönsprech. Also es ist jetzt nicht so relevant. Viele kleine Verbesserungen sind hier tatsächlich vorgesehen. Also personelle Verstärkung der Landespolizei, Stärkung der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Also dann auch mehr Maßnahmen, um illegale Migration zu bekämpfen. Das würde ich sagen, ist tatsächlich positiv. Aber das sind alles kleine Verbesserungen, die die Bürger in Sachsen in ihrem Alltag nicht merken werden. Der Verfassungsschutz, ich habe es geschaut, der taucht an einer Stelle hier auch nur auf, in diesem gesamten Sondierungspapier, nämlich bei diesem Thema Asyl und Migration, beziehungsweise Migration und innere Sicherheit. Es wird diskutiert, das Verfassungsschutzrecht zu novellieren. Das ist ein Punkt, der strittig gesehen wird. Was das nun genau bedeuten soll, keine Ahnung. Von einer Reform des Verfassungsschutzes oder einer Abschaffung ist in diesem Papier nicht die Rede. Und das wäre ja ein absolutes Desaster. Also das BSW setzt sich für Meinungsfreiheit ein, jedenfalls steht das im Grundsatzprogramm. Und jetzt in diesem ersten Papier für Sachsen findet sich nichts in Bezug auf die Schwächung des Verfassungsschutzes, der ja ganz normalen Bürgern unter diesem Label Delegitimierung des Staates hinterher spioniert. Also das wäre schon mal schlecht, wenn sich dazu im Koalitionsvertrag nichts finden sollte. Also das erste Papier, das macht hier keine Hoffnung. Ja, bei Wirtschaft und Arbeit, das sind auch sehr viel allgemein klingende, das ist auch sehr viel schöne allgemein klingende Rhetorik, wenig Konkretes. Also man will den Meisterbonus erhöhen, dann noch was für die Landwirtschaft machen und ausländische Bildungsabschlüsse schneller anerkennen. Also es ist kein großer Wurf, nichts, was die Arbeitsmarktsituation, die Unterbeschäftigungssituation in Sachsen verbessern würde, nichts, was die Arbeitslosigkeit bekämpft, nichts, was die Abwanderung, die in Sachsen ja ein massives Problem ist, bekämpft. Also das ist auch wenig Konkretes. Und ja, richtig fassungslos zurückgelassen hat mich dann folgender Satz. Eine solide und nachhaltige Finanzpolitik hat eine in die Zukunft gerichtete, dienende Funktion. Die derzeitige schwierige wirtschaftliche Lage Deutschlands und damit einhergehend die stagnierenden Steuereinnahmen haben zur Folge, dass die Aufstellung strukturell ausgeglichene Haushalte vor enorme Herausforderungen stellt. Wir müssen daher in den kommenden Jahren im Staatshaushalt klare Prioritäten setzen. Also hier wird eine Sparpolitik angekündigt. Das ist ein einziges Desaster. Also eigentlich, es müsste eine Selbstverständlichkeit sein, in jeder Koalition, wo das BSW dabei wäre, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Also nicht, dass man irgendwie darüber diskutiert, irgendwelche komischen Sondervermögen, irgendwelche Haushaltstricks zu verwenden, um ein paar hundert Millionen frei zu machen, sondern man müsste die Schuldenbremse aussetzen, um eine Politik zu machen, die auf Vollbeschäftigung, die auf massive Investitionen in die Infrastruktur setzt, die mehr Geld für Schulen, für den öffentlichen Nahverkehr, für alle möglichen anderen Sachen bereitstellt. Aber nein, zur Schuldenbremse schreibt dieser Koalitionsvertrag nur Folgendes. Die Schuldenbremse darf nicht als Hindernis für notwendige Investitionen in die Zukunft sein. Sie soll sicherstellen, dass wir finanzielle Ressourcen gezielt und nachhaltig für kommende Generationen einsetzen. Also es gibt keine Aussetzung der Schuldenbremse. Es wird nicht mal eine Reform diskutiert. Nichts. Nichts. Also das ist absolut nichts. Es ist ein einziges Desaster. Und das bestätigt mich in dem, was ich die letzten Monate auch schon gesagt habe. Die Verhandlungsposition des BSWs in Sachsen ist sehr schlecht. Zur Not könnte die CDU auch mit anderen Parteien koalieren. Zur Not könnte die CDU in eine Minderheitsregierung gehen. Die CDU hat alle Optionen offen. Das heißt, sie kann in diesem Koalitionsvertrag auch ihre Bedingungen aufdiktieren. Und genau das sehen wir jetzt in diesem ersten Vorpapier für Sondierungsgespräche, was der Welt vorliegt. Die CDU hat sich bei allen relevanten Punkten durchgesetzt. Das BSW hat wirklich nichts Relevantes erreicht. Es ist ein einziges Desaster. Und das bestätigt mich in dem, was ich die letzten Wochen schon gesagt habe, die letzten Monate schon gesagt habe. Das BSW sollte auf jeden Fall in die Opposition gehen und sich nicht an einer Koalition beteiligen, in der es keine relevanten Fortschritte für die Menschen in einem Bundesland gibt. Denn wenn das BSW regiert und die gleiche falsche Politik macht wie die Altparteien, ja, dann braucht es das BSW nicht. Das BSW muss gegen so eine falsche Politik aus der Opposition, Widerstand leisten und es darf sich nicht in die Regierung setzen und diese falsche Politik mitmachen. Und vor allem dieser Passus zu Schuldengremse ist unglaublich. Also der disqualifiziert die CDU schon für jegliche weitere Koalitionsverhandlungen. Also da müssen alle Verhandlungen abgebrochen werden. Was da steht, das sorgt dafür, dass es keinen Wandel in Sachsen geben wird. Man kann auf Landesebene die Steuern nicht relevant erhöhen, man kann die Ausgaben nicht relevant kürzen. Das heißt, wenn man Geld für Investitionen will, wenn man Geld will, um damit mehr Lehrer einzustellen, mehr Krankenpflege ins Gesundheitssystem investieren will, dann muss man die Schuldenbremse aussetzen. Anders geht es auf Landesebene nicht. Also das disqualifiziert die CDU für jegliche weitere Verhandlungen. Das ist quasi, ja, das kann man letztlich nicht anders zusammenfassen. Also ich bin ja selbst kein Parteimitglied des BSWs. Ich hatte es immer nur gesagt, aber ich sympathisiere mit der Partei, ich unterstütze die Partei. Und ja, an so einer Koalition darf sich das BSW auf keinen Fall teiligen. Und ja, an so einer Koalition darf sich das BSW auf keinen Fall sein.